Der Schwarz Der Schwarz Puh Endstation was Tja nützt ja nichts Von hier an müssen wir gehen Mieren nach Okay Ich kann mich nicht erinnern Diesen Tunnel auf irgend einer Karte geschenkt zu haben Tja Wir sind noch auf Reissboden Da ist Vorsicht geboten Komm her, Ratio! Hier, Kuppel! Gut! Okay, warte hier, während ich mich umschaue. Schätze! Hey! Spion, schnapp ihn aus! Ein echter Ninja! Bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Scheißer nicht alleine ist? Achtung, zweiter Wachposten! Überprüfen Sie Ihren Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Rate in den Schächten. Bleiben Sie aufmerksam. Es können noch mehr da sein. Verstanden. Überprüfen das. Ende. Was für eine verdammte Scheiße! Eine Kommunisten-Ratte ist in unseren Tunnels gefunden worden. Um den mache ich mir keine Sorgen. Stimmt. Wer weiß, wie viele von diesen Bastarden sonst noch in den Schatten lauern. Alles, was ich weiß, ist, dass wir sie besser finden sollten. Siehst du was? Überprüfen wir die Sackgasse, wo wir schon mal dabei sind. Nur um sicher zu werden. Ich habe ja erstmal bekommen ein Magazin, der wir in den Kommunisten einsetzen können. Ich habe ja schon mal dabei sein, dass wir die Sackgasse haben. Sieh nur, er hat das Tor aufgebrochen, Herr. Seid Gott weiß wo. Schade. Ich bin froh, dass diese Station ihren Scheiß auf die Reihe bekommen hat. Das halbe Jahr ohne D-Lieferung war echt schlimm. Die haben ihren Kampf gegen die Schwarzen also gewonnen. Da kannst du einen drauflassen. Das war nicht dein Neumann, oder? Irgendwelche. Scheiße, oder was? Entstattung, die Lage bei mir. Du bist auf Ricks. Pech, schwarze Haut. Keine Geschlechtsteil. Alles klar, Hände. Wie die sich vermehrt haben, weiß keiner. Schwarze Augen ohne Weiß. Und wenn dich so einer angestarrt hat, dann war es das. Du bist auf der Stelle vor Schmerz gestorben. Hey, was zum Teufel war das? Oh, ich scheiße. Du schlapp man nun mal. Wollt zingeln wir kommen. Lass hier. Komm, 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 komm. Verweig ich dich. Perrebat. Super, der Flick. Was? Vielen Dank! Muhen an! Der Leidster! Das war's für heute. Das war's für heute. Puh! Das war's. Schieß, sobald ihr die Kommandis fährt, nicht mit den Kommandis. Wie wäre es mit dieser Stelle? Einen von uns hat es erwischt. Ich bin getrunken, Kleiner Mond. Die Verlust. 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 Ich entgebe mich, hörst du? Ich gebe auf! Sollen die Obermotzer es doch auskämpfen, mir reicht's! Die Verlust. Die Verlust. Die Verlust. Die Verlust. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.